Der ohne Beine, der im Rollstuhl der Fünner, der hat krank und neben seinem verschwunden krank und bratenlost. Der Wahlkampf ist dann, der würde lieber so eine Scheiße fressen als was man mal sehen muss. Nächste Station ist dort Volksgarten. Voll Spaß! Du bist doch so getrunken! Was? Ey, fau fau. Mach mal ja hier lebe. Ah! Ach so! Ich versteh keinen Wort! Jaaa! Ungefällte ohne Wien! Ungefällte ohne Wien! Auf der Autofahrt hier! Scheiße! Wo musst du raus? Mettmann? Pass auf, hier ist überall Mettmann. Welche Heisenstände? Deutschland. Pass auf, wir sind in NRW Deutschland. Norddeutschland. So, wir sind in Düsseldorf. Ja, wo musst du jetzt raus? Ja, Hauptbahnhof. Und dann musst du wohin? Wo musst du denn hin? Fortuna hat gewonnen. Fortuna hat gewonnen, Mann. Fortuna hat gewonnen. Fortuna. Fortuna ein Leben lang, Mann. Nächste Station, Düsseldorf-Uberwitt. Richtung Solingen, bitte in die Linie S1 umsteigen. Gehen wir alle weg und stehen mir vor den Kell-Freunde. Und dann wurde der voller Guss. Ja, ich hab das schrecklich. Wodka? Wodka? Nee, haben wir ihn leer gesauft, Alter. Wir haben kein Wodka mehr. Wir haben auch kein Wodka mehr. Wir haben auch kein Wodka mehr. Alle, alle. Wodka ist nicht gut. Wir haben auch kein Wodka mehr. Da kann ich mich ein wenig holen. Nee. Ich hab nur Angst, dass sie so jetzt mal machen. Ich hab nur Angst, dass sie so jetzt mal machen. Ja, mal gucken. Ich hab schon Fragen gemacht. Die meinten, die hätten nicht. Das ist ein bisschen zu ekel. Nein, kennst du das nicht? Das ist so voll ekel. Ich auch nicht. Oder halt, wenn ich so voll ekel. Nee, nur wenn die kotten. Oder? Boah, stell dir jetzt mal vor! Das wollte ich dir das? Ich hole den! Ich hole den! Oh, bitte! Oh, bitte! Nein, nein! Bitte! Oh, bitte! So! So! Oh! 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 Oh, bitte! Oh, ich bin so glücklich. Oh, ich bin so glücklich! Das ist so! Der Kollege zeigt mich heute! Oh! Oh! Chips? Chips? Wir will Chips essen. Schlaf ein bisschen und mach dein irgendwo aus. Was denn, was denn, wer soll hier sein? Wo? Ich oberbeig! Ich oberbeig! Ich oberbeig! Weg ist geil! Fack die mal! Die haben Ahnung! Die haben auch Wodka! Und Wodka! Da hinten ist ganz viel Wodka! Das hab ich gesehen! Was willst du denn? Wo willst du denn hin? Raus! Ja! Wo ist das? Mettmann! Mettmann! Ganz falsch! Ganz falsch! Dafür gibt's keine Haltestelle! Das ist Kreis Mettmann! Dafür gibt's keine Haltestelle! Kreis Mettmann! Ich hab keine Ahnung, woher ich bin! Nach Deutschland muss ich ehrlich gesagt! Nächste Station! Düsseldorf L.A. Süd! Düsseldorf L.A. Süd! Düsseldorf L.A. Süd! Nur Nachts! Ja, ich bin mit dem Papier! So gut nach Hause! Kann man so gut! Ah! Das ist raus! Das ist raus! Das ist raus! Das ist raus! Hier ist Mettmann! Weil der passt auf mich auch! Nächste Haltestelle ist Mettmann! Das ist hier raus! Der ist irgendwo nach Hause! So, weiter, weiter, weiter! Nächste Station! Ja, Riesen-Mund! Aber, tue mal an! Zweite! Wie soll ich abholen? Ehh! 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 Du bist alles in den Mund, oder? Du bist alles in den Mund. Mach rein! Mach rein, Keule! Ey, Scheiße, ey! Der Entertainment meines Weg!